Und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Ja, ich habe es mehrmals probiert. An dem Ding bin ich immer wieder gescheitert, besonders am dritten Level. Ich bin runtergesprungen, beziehungsweise auf die nächsten Plattformen, wenn man versucht, draufzuspringen. Problem war, ich war danach immer, wenn ich auf eine Plattform gesprungen bin, tot. Oder anscheinend war die Plattform für den irgendwie zu hoch. Ich weiß es nicht genau. Ich habe das Level nicht geschafft. Auch diese Menüauswahl hat mir nicht weitergeholfen. Also, ob es was gebracht hat. Ich weiß, ich habe einfach einmal durchgeklickt, ein bisschen runter, ein bisschen geklickt. Keine Ahnung, was es zu bedeuten hatte. Deswegen mache ich einfach hier ganz normal weiter. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht komme ich noch dazu, das mal irgendwann zu machen. Aber, uh, ich weiß es nicht ganz genau. Wenn ich es schaffe, schaffe ich es. Ist halt ein bisschen blöd, sowas zu machen, wenn halt nicht alle Grafiken da sind. Und man irgendwas auserwählen kann. Speicher.etc. Hatte mich ja nämlich auch geärgert. Gibt es Bananen, ne? Kannst du nur nicht runterspringen. Donkey Kong. 60 Bananen. Nice. Ist wieder groß, Mann. Okay. Gehe ich mit ihr jetzt runter, holen uns die ersten, das erste Ding. Hup. Okay. Didi didi didit. Ja, damit. Donke, 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 schön. So. haben wir erledigt also das können wir sozusagen hinter uns erstmal lassen da ist noch ein tor wo wir durch können da kommen wir nur so rein ich sehe natürlich nichts ich wollte doch sagen das kann ja was für uns werden die oben befinden sich bananen ok 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 ich war zu langfang ja aber ist okay kann man wenigstens einmal alle bananen gesammelt das heißt wir können ohne große anspruch eigentlich da hoch wenn wir hochkommen die kiste ist ja heller als die andere die ist ja auch so kann ich damit irgendwas machen und es scheint nicht das war dann gehe ich halt in den vorraum mit die die würde ich sagen da ist ja noch was los mit ihm das ist hier so ein robo boy wir erst mal schauen okay davon ist das die detail für mich aber ist wichtig erst mal hier alle bananen zu bekommen ich habe gesagt erst mal hier schauen was ich mache ich auch noch hier okay ein bisschen mehr zu tun in dem teil hier ich habe mir gedacht eine bananen ich habe mir das natürlich kommen wir mit hoch damit auf jeden fall nicht schade dass hier keinen wechsel ist ne jetzt muss ich mir jetzt muss ich mir aua ich will das antun jetzt mal mit allen das aktivieren das mal rein und wieder raus wieder 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 rein und wieder raus äh wer nehm ich denn also ich glaube ich nehme Chunky erst dann Tiny dann Lenky weil Lenky glaube ich mit Lenky haben wir da ein bisschen mehr zu tun sah so zumindest so aus was mich natürlich auch täuschen kann in dem Sinne Chunky war hier haben wir ok er kriegt Bananen im Mittelteil ok geht nicht ok wir haben Chunky mit Zeit müssen wir einmal den Weg angucken und glaube ich das Ding aktivieren ha welche Dann nehmen wir mal die Lenky Ah. bisschen hinterher switchen ja da oben jetzt eine Banane aber auch noch nicht aktiv okay das heißt die einzige option oder einst die donkigung dem wir noch brauchen jetzt müssen wir schauen dass wir zum anfang es gehen da ist ja auch noch ausgelaufen um auch die zeit weiterläuft wenn wir wechseln das weiß ich natürlich nicht die kriegt das fast nummer 9 okay damit kommen wir nicht weiter ich werde mich jetzt den rückweg begeben erwarten kann ich habe im mittelteil war auch noch was da sind janky bananen sie haben sie an da können wir uns noch janky glück gehabt moment war doch ein ding oder sagen so aus kann man so auch machen wieder zurück zu kommen dann ist es okay dafür das spiel steht jetzt kann ich was ich mit den ganzen münzen machen sollen ich war dran schnell weg vielleicht gibt es auch noch eine kleine fähige irgendwie zum entdecken ich auch alles möglich verlinkt dann schau auf uhr aber schauen wir haben wir rot hat da geht auf jeden fall weiter ich mal einen kurzen cut gehen gleich davon weiter raus und dann gucken wir mal wie es weitergeht bis gleich bis gleich Bis zum nächsten Mal.